Musik So, dann werden wir mal da hinten rumrudern Boah, das sieht schon richtig geil aus hier Halte RT für Gefechte Will ich jetzt hier auf dem Schiff kämpfen? Boah, der Trommler da ist geil Okay, ob das hier so richtig ist, weiß ich jetzt natürlich nicht Aber ich paddel einfach mal Fährt der Vogelschwaben da hinten Das ist der Leuchtturm von Alexandria da Boah, Alter, was ist denn da los? Ich sehe nichts Alter, was ist das hier für eine fette Rauchwolke am Himmel? Was brennt denn da? Was ist das hier für eine fette Rauchwolke am Himmel? Poseidons Pisse Es liegt zu viel Rauch in der Luft Die See wird kochen beim Vulkan Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen Ist das Methana? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen Werde mich nicht überraschen, wenn sie nur für uns ausbricht Und uns einen Schwarm Seedrachen auf den Hals hetzt Du glaubst Haltet euch bereit Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pfarrer folgen Super Jetzt muss ich auch noch kämpfen, oder was? Äh, wie mache ich das jetzt? Hallo, ich hätte gerne mal ein bisschen Anweisung Einfach rammen? Wohl nicht, oder? An Feuer, Regen! Schilde bereit halten! Mehr Tempo! Feuer! Schachte, schachte! Feuer! Feuer! Geist zu spät! Feuer! Ja, fuck Zu früh hoch Feuer! Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell Was soll ich denn anschauen? Freunde der Nacht Wo nähert sich was? Hä? Normale Fahrt Da! Feuer! Wir haben diese Balakia Zielt auf die Heckflossen Die sind voller Öl Die brennen wie Kamelscheiße Auf Raumgeschwindigkeit Nehmt sie aus wie Fische Feuer! Alala! Feuer! 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 Wir werden angegriffen! Feuer! Feuer! Das hat uns voll getroffen! Feuer! 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 Achtung! Feuer! Feuer! Ha! Das war der letzte von ihnen! Hol' na die Waldfee Hüte deine Zunge Kapitän Wir brauchen ihn als Verbündeten Und nicht als Feind Wir sind nicht so weit gesegelt Um ihn jetzt wüst zu beleidigen Ich bin Wild Bin Ich werde mich auch nicht Für einen Herrscher ändern Aus demselben Grund Habe ich auch meine Frau Und Kinder verlassen Okay das hat so ein bisschen Was von Black Flag gehabt gerade Aber War richtig geil Wir akzeptieren dich Alala! Diese 100 Seeleute Sind genug Akzeptanz für mich Es ist schwer Denen lebewohl zu sagen Die uns nicht akzeptieren Aber es ist der einzige Weg Wirklich? Pompeius wird aber ab Mit dem Kopf Ey die Küste sieht so geil aus Rammen und zurückschießen Schiffe rammen Wenn du ein Schiff Durch die Rammen versenkst Beschleunigst du das Nachladen Zurückschießen Halte LP gedrückt Um in Deckung zu gehen Und lass los Kurz nachdem die feindlichen Geschosse dein Schiff getroffen haben Okay Alter da hinten kommt noch mehr oder? Ach ne das sind Felsen Aber ich glaube nicht Dass es das jetzt schon Gewesen ist Meine Fresse ist das geil Sieht so fett aus Ja ich wusste da hinten Kommt noch mehr Das sieht doch ein bisschen Größer aus Das Schiff da Muss ich mir wahrscheinlich Ein bisschen mehr Mühe geben Boah da Alter da sind ganz viele Achso den müssen wir jetzt beschützen Vor den drei Bildschinen da wahrscheinlich Was für Dinge Erhöht die Schlagzahl Mehr Tempo Rudert schneller Mehr Tempo Mehr Tempo Rudert schneller Müheuer Wenn es sind Dannvaisación value Teaching Feuer かな MOO needles Achtung! Wir werden angegriffen! Feuer! Feuer! Zugleich! Normale Fahrt! Achtung! Achtung! Feuer! 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 Normale Fahrt! Leichte Platz! Sie stehen unter schweren Beschuss! Sie müssen was tun! Zeigt es diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! Deckung! Bereit zu Feuer! Achtung! Deckung! Wir werden angegriffen! Feuer! Feuer! Rettung! Feuer! Achtung! Erhöht die Schlagzahl! Rettung! Rettung! Feuer! Erhöht die Schlagzahl! In dir steckt noch mehr als eine Hofdame! Hüte deine Zunge, alter Mann! Sonst zeige ich dir, was ich mit dem Schwert alles kann! So, und den rammen wir jetzt weg! Mal gucken, ob's hinhaut! Rettung! 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 Und tschüss! Gut gekämpft! Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Ja, scheiße, ich muss hier raus! Ich habe noch einen dieser Generäle persönlich getroffen! Keine Sorge, Arja! Ich benehme mich auch! Oh je, ob das mal stimmt? Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompejus Magnus, Grüße und Freundschaft von Königin Cleopatra. Cleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Cleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Gut geworfen. Wechsel ich jetzt wieder auf Bayek oder was passiert hier gerade? Gut. Iş. Eine wertvolleieldation. Ja, sieht so aus. Und wir haben einen Erfolg. Die See. Absolviere die Hauptquest Pompejus Maximus. Gut, und wir sind wieder zurück. Empfohlene Stufe 40. Willst du mich verarschen? Äh, das lassen wir doch mal schön sein. Hey, was haben wir denn hier noch so? Finde eine Nähe, das haben wir schon. Äh, Lithopolis haben wir auch schon. Muss ich gerade mal hier gucken, was es hier noch so gibt. Hier gibt es noch eine Statue. Hier gibt es noch eine Schnellreise, die wir nicht haben. Ah, hier unten auch. Und alter. Stufe 28. Ja, fix, die werden immer höher, oder was? Je mehr ich im Level steige. Äh, äh, super. Super. So, hier oben ist nix mehr. An Queste links. Dann würde ich sagen, wir holen uns mal hier den... Hier den Turm. Äh, welche Richtung? Äh, irgendwo dahinter. Gut, gehen wir erstmal hier übers Mäuerchen. Ja, oder so. Warte mal. Guck, guck. Ja, ist ja fein. Das sieht schon echt, äh, äh, um einiges geiler aus. Achso, äh, ja. Ab dieser Folge hier spielen wir auf der Xbox One X. Warte mal, hier war irgendwo eine Statue. Äh, kurzer Blick. Wenn hier eine Statue ist, nehmen wir die doch gerne mit. Oder? Hä, wo ist sie denn jetzt? Ach, boah, ich stehe direkt daneben. Wie geil. So. Und ab auf den Graul. Und tschüss. Halt, jetzt muss ich erst wieder mein... ...Türmchen, äh, aktivieren hier. Ja, wie gesagt, äh, seit dieser Folge hier spielen wir auf der Xbox One X. Äh, ich nehme immer noch in, äh, Full HD auf. Ähm, die Details sind jetzt aber wohl ein bisschen mehr auch, äh. Und trotzdem, wenn wir nicht auf 4K spielen, ähm, wurde mir gesagt. Und, äh, ich kann's eigentlich auch nur bestätigen. Es sieht nochmal einen ganzen Schritt schicker aus. Weil ich spiele, beziehungsweise ich nehme es nicht nur in, äh, Full HD auf, sondern ich spiele es auch in Full HD. Weil meine Capture Card leider nicht, äh, das 4K-Signal weitergeben kann. Aber wenn ich mir das hier so angucke, alter, wer braucht da noch 4K? Leck mich. Ist das geil. Ja. Also, die Detailtiefe ist wohl jetzt auch bei Full HD, äh, durch die X, äh, enorm gestiegen. Äh, ja. Kann man so nicht anders sagen. Hüpf. So, wo ist mein Goldchen? Hier habe ich nämlich, da hinten habe ich ein, äh, Nee, ach, Quatsch. Irgendwo ein Ausrufezeichen gesehen. Was ist das für eine Stufe 18? Kostbare Freundschaft. Die nehmen wir doch mal mit und reiten da mal hin. 300 Meter. Sollten wir hinkriegen. Und wir nähern uns den ersten Pyramiden da hinten. Sie sind zum Greifen nahe. Da bin ich ja auch mal gespannt. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Oh, ach so, okay. Dann steigen wir mal hier ab. Äh, mein Pferd belagert den Busch. Dann nehmen wir uns mal... Kann man sich... Hä? Nehmen wir mal den Busch hier. Und lassen wir erstmal unseren Wellensittich flattern. Nein, falsch. So rum. Zwei Tage nicht gespielt und schon kenne ich die Tastatur nicht mehr. Jetzt müssen wir die Controllerbelegung. 19, 18, 17. Da sind noch zwei. Da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz. Krabbelt hier und kreucht hier noch irgendwas rum. Nee, ist es nur... Diese eine Polk? Ich kann es ja fast nicht glauben. Naja, gut. Okay. Wenn die da drüben sitzen, gehe ich jetzt aber erstmal zur Quest. Ganz gemütlich. Ein Schatz, ein Hauptmann. Sollte machbar sein. Psst, du da. Ist das ein Magi-Abzeichen? Komm her. Bitte. Ich bin schwach. Rette mich von hier. Ich kenne alle Geheimnisse von Gizeh. Ich verrate dir alles. Ah ja. Kannst du mich tragen? Alleine falle ich... Die Götter sind gnädig. Du bist ein wahrer Held. Sei ruhig. Kopf runter. So, hier mal ins Gras, würde ich sagen. He hepp. Ach, auf einmal kannst du stehen, oder was? Äh, die nehmen wir mal kurz an. Na dann. Du erholst dich schnell. Ja? Sollen wir ein paar Gräber ausrauben? Habe ich etwa einem Verbrecher geholfen? Oh, stimmt ja. Du bist ein Magi. Nein, ich bin kein Verbrecher. Ich bin ein Opportunist. Ah, ich kenne deinesgleichen. Was hast du diesmal ausgegraben? Das haben sicher die Banditen gesehen. Einen Ring. Von unermesslichem Wert. Und wie du sehen kannst, will jeder ihn haben. Diese Banditen haben mich verschleppt, um ihn zu finden. Ich? Mich interessiert nur sein Wert. Glaubst du, ich wäre gern ein Leichenfledderer? Ja. Hm. Komm, folge mir zu meinem Palast. Es ist deine Pflicht, mich zu beschützen, oder? Du hast gesehen, wie gefährlich es hier ist. Alter, wie bist denn du drauf? Ja, mein persönlicher Magi. Was für ein Glück. Ich dachte, ihr werdet längst alle unter dem Sand der Zeit begraben. Nicht alle. Schließ dich uns an. Wir könnten einen Krieger wie dich gebrauchen. Um dich aus all dem Schlamassel zu holen, in den du dich selbst gebracht hast? Ja. Es sind harte Zeiten für uns, weißt du? Banditen sind uns ständig auf den Fersen. Dann verkauf den Ring und hör auf damit. Ich weiß, aber Gizeh ist voller Wunder und Mysterien. Man muss nur genau genug hinsehen. Und die Belohnungen. Oh, die Belohnungen. Wo will der denn jetzt mit mir hin, hier? Alter. Boah, da schlägt wieder Haken hier. Du weißt aber schon, wo du hin willst, oder? Das ist mein Palast. Gleich vor uns. Schöner Palast. Oh ja. My home is my castle, oder wie war das? Nepti. Mein Seni. Ah, warum kommst du nicht und suchst nach mir? Ich saß tagelang in einer Zelle. Scheiße, wo ist der Ring? Schon gut, ganz ruhig. Rashidi hat ihn. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Er hilft bei der Suche nach dem Ring. Ist das dein Ernst? Na gut. Ja. Wieso nicht? Ich habe Zeit. Ha. Das Glück ist immer auf deiner Seite. Nicht wahr, Opa? Wäre das wahr, hätte ich meinen Ring. Unseren Ring. Ja. Ja. Mein Schatz. Der Ring ist Millionen von Drachmen wert. Cleopatra wäre die deine, wenn du ihn ihr gibst. Dann suchen wir nach unseren Brüdern. Sie haben den Ring. Es wimmelt nur so von Banditen. Damit fange ich an. Rashidi ging in den Süden. Stieß wahrscheinlich auf diese Banditen bei der Sphinx. Der Narr. Rashidi ist in Gefahr. Ich muss ihn aus diesem Lager befreien. Nee, ich lauf nicht. Hallöchen. Oh, brauchen wir wieder mal Geierfüße? Da hätten jetzt ein paar gesessen. Große Sphinx. Alter. Schick. So, dann gucken wir mal. Wählen sie dich flieg. Da haben wir ein Schätzekennen. Oh, das sind aber ein Haufen Soldaten. Da ist noch ein Schatz. Okay. Alles klar. Na, dann gehen wir mal vom Gold hin. Und gucken wir uns mal um. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Oh, putt, 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 putt. Einfach. Gucken, ob ich das hinkrieg. Was? Oh. 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 So, Nummer 3. Pssst, schön leise. Schön leise sein. Mist, das hat er nicht gehört. Der Sack. Ich gehe mal hier rüber in den Busch. Kommt, putt, 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 putt. Trau dich. Ja, so ist es fein. So, das war schon mal direkt der Kommandant. Sehr geil. Was machen die zwei denn da? Wieso kloppen die sich denn jetzt da? Oh ja, wir gehen erst mal in die andere Richtung. Der Geier jetzt an dem genagt, oder was? Dumm, die dumm, die dumm. Ich bring dich einfach um. Schanipp. Nein, falsch. So wollte ich doch. Na komm. Ja, wusste ich doch. Innen gibt es noch ein bisschen was zu holen. So, Burschi. Wo gehst du lang? Magst du mal zu mir kommen? Komm. Ich beiß auch nicht. Ich steche nur. Uh-oh. What? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020